Ja, dann Leute, dann wollen wir mal. Ich habe eine schöne Waffe zum Ziel mitgenommen. Ja, ich nehme mir direkt ein MP mit. So, wir drei Herren von der Pixel-Horde versuchen als passionierte Maus- und Tastaturspieler jetzt absolut nur mit dem Controller zu spielen. Quasi das erste Mal. Ich habe jetzt zwar schon drei, vier Runden gespielt. Sascha und Thorsten spielen das jetzt das erste Mal. Wir gucken uns das Chaos jetzt mal an. Genau. Ich weiß, wie ich in den Shop komme. Ist das gut? Wie denn? Man muss oben also RB oder RT? Also T ist Tanga und B ist Brüste. So, das kann ich mir merken. Anscheinend ist kein Kind mehr hinter dir. Das hätte ich nicht gesagt. Nee, die sitzen da vorne. Die spielen Minecraft. Oh Gott. Jetzt kommt der Getreue. Ruhe jetzt. Ich kann immer den Controller nennen. So, was nehme ich denn da? Wie komme ich denn noch mal ins Menü? Die drei Striche. Oh Gott, ich komme gar nicht klar. Das ist mega schwer. Aber man gewöhnt sich. Ihr seid noch zu stark. Verdammt. Ihr seid ja noch. Ja, definitiv bin ich zu stark. Ich kann gerade so laufen und aneimen. Das kann ich noch nicht machen. Aber die Richtung wechseln ist kraschend scheiße bei mir gerade. Ich habe doch nicht ein Spiel gewandt. Die ganze Zeit so. Oh nein. Oh, ich habe nachgeladen. Toll, ich wollte schießen. Ich bin gestandt. Ach, Mann, ey. Ich bleibe hier im Steg, glaube ich. Wo war noch mal Angriff? Nahkampf? Verdammt. Jetzt habe ich mir eine Granate an den Kopf gespickt. Thorsten, hast du schon ein Spiel gemacht? Nein. Ich trau nicht. Ich bin die Krise gerade. 1007 Level. Ich glaube, ich muss die Sensi viel höher stellen. Das ist ja alles so. Oh, ich war schon mal auf dem Gegner drauf. Das ist ja alles so stark. Okay, wenigstens kann ich die 180 Grad Wendung fassen. Ja, die kann ich auch. Alter, wie ein Schein ist ja schon wieder. Links, rechts, links, rechts. Himmel. Ich bin zu schief, ich habe. Oh nein. Und wenn man das gewinnt. Ich kann das alles nicht mehr. Alter. Das Video lade ich hoch. Nein, bitte nicht. Ich habe eine 3er. Bei mir funktioniert er nicht irgendwie. Ich habe noch gar nichts gekriegt. 14 Kills habe ich. Ja, 4KL. Ich sehe, der Name ist es gar nicht. Ja, ich habe dir gesagt, lass das mit dem Primär oder so. Das muss auf Standard bleiben. Der ist jetzt. Oh, lol. Ich muss hier 3 Knöpfe gleichzeitig drücken beim Schießen. Ja, die muss dann mal aus deinem Hinternehmen. Ich kann die Waffe wechseln. Scheiße, ich habe ein Schild von der Waffe. Also. Also. Wie lade ich denn? Scheiße, ich habe keine Muni mehr. Ich habe noch gar nichts hier bekommen. Ich habe den gewinnigt. LOL. Wie kannst du das denn gemacht? Wie kann ich denn die Scheißwaffe aufnehmen? Ich habe einen Kill. Ey, du machst Witze. Ja, ich habe das dann gemacht. Ey, die, also. Die Sensibese hochstellen. Ich würde dir das nicht empfehlen. Habe ich schon alles probiert. Ja, vielleicht, vielleicht kannst du es. Ich weiß, ob die Waffe wechselt. Oben. Äh, oben das Gelbe. Äh, Y. Ja, genau. Die Penner sagt der zu mir. Wir sind die, wir sind die größten Idiots, ey. Oh mein Gott. Gewinnen wir das? Gewinnen wir das? Wir gewinnen das auch noch. Ich habe sie das gemacht. Cool. Ich habe sie das gemacht. LOL. Ich bin so scheiße. Vorsicht, hier steht ein Geschütz, ja? Ich weiß zwar nicht genau, welcher Seite, aber da hinten. In der Mitte steht ein Schild. Oh mein Gott, ey. Ich habe ihn noch nie vom Affen gemacht. Okay, jetzt habe ich gerade den Amazis gespielt. Ich bin gerade gerutscht. Nee. Jetzt kommen wir nicht. Wie geht das? Zum zweiten Kill. Die gibt es Gas und dann mit, äh, also bei mir ist es A. Okay. Die rechte Taste. Nee, dann springe ich. Verdammt. Ach so, ducken vielleicht. Ach, ich wollte finishen. Was denn ducken? Äh, rechte Taste. Tip, 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 tip. Ach so, B. Ich bin gerutscht. Wie komme ich ihn wieder hoch, verdammt? Oh Gott. Selbe Taste mit überdrücken. Oh Mann, das ist so viel zu umständlich. Die Tasten müssen näher zusammenliegen. Verdammt. Die X-Taste treffe ich jetzt, aber die B-Taste, die treffe ich einfach nicht. Ich höre gar nichts. Ey, ob wir das auch mal hinbekommen haben und dann, ey. Ey, ich habe 31 Kills. Ach was, du? Ja. Hast du einen Arzt auf, oder? Also für mich ist das wirklich nichts. Nee. Ich bin jetzt ein englischer Schiff. Ja, man kann ihn auch im Spiel ändern. Also. Äh. Das ist eine AFK, immer. Äh, wo bin ich? Ich habe nach unten. Ich habe nach unten. Ich werde das jetzt mal weiter versuchen. Mit dem Controller vielleicht, vielleicht kann ich das ja noch optimieren. Ey, ich kann die gar nichts optimieren. Ich habe drei Kills. Ich habe drei Kills. Thorsten hat sieben. Wow. Aua, aua, aua. Ey, das war das erste und das letzte Mal für mich gemacht. Echt? Echt? Also entweder muss ich die Sensing komplett runterdrehen, oder? Sag ich doch, ich muss runterdrehen. Also hoch, meine ich. Ach hoch, ja, dann mach doch. Kannst du doch. Äh, mir ist das mit, äh, dem rechtes Dick viel zu schnell hier. Headshot. Oh, mein Hirn ist nicht gemacht für tausend Sachen gleichzeitig. Hörst du das? Hörst du das, Nino, ey. Ich, ähm, man muss einfach ein paar Runden spielen. Wenn du fünf bis zehn Runden gespielt hast, kannst du dich einigermaßen bewegen mit dem Ding. Dann geht es. Ich kann es doch nicht, ich kann doch nicht präzise aimen, das kriege ich nicht hin. Aber ich kann wenigstens schon mal in die Richtung gucken, und das ist ja wichtig. Und dann nimmst du dir eine MP und dann fängst du erst mal an ein bisschen damit zu ruhen. Du musst nicht genau aimen. Wie ich eben schon sagte, wenn der Stick in etwa in die Richtung guckt, dann, dann justiert er sich von alleine wegen den Aimesses. Ne, bei mir justiert sich da gar nichts. Ne, bei mir auch nicht. Du musst halt immer manuell zentern, immer runterziehen. Je nachdem, welche Waffe du hast. Also der Recoil ist sehr stark. Aber das habe ich jetzt fast im Griff. Aber ich kriege es einfach noch nicht präzise hin. Pass mal auf, es gibt Controller, die haben einen längeren Analogstick. Damit kannst du präziser aimen. Diese ganzen, aber gut, die kosten dann 100 bis 300 Euro die Dinger. Nein. Okay, ich bin mal so zwingend geworden. Ich habe gerade auszusehen, mein Hund getreten. Siehst du, den habe ich total veräumt und trotzdem habe ich den gefällt. Da hat der Mrs. Nacko. Bei mir gar nichts, gar nichts. Null, nada. Ich ziehe. Ich habe schon umgestellt. Auf Standard, ja. Ja, habe ich. Ne, habe ich auch schon. Also ich habe das am Anfang den Fehler gemacht, dass ich immer versucht habe, mit dem Stick dahin zu ziehen, wo der Gegner ist. Du musst eigentlich nur in die Richtung gucken und den Stick dann leicht loslassen, nicht mehr nachhelfen. Und dann, dann macht der Aim-Assist den Rest. Oh, das habe ich gerade eben. Guck mal, ich habe 49 Kills. Das geht, Leute. Das ist echt gut geschaffen. Und du bist halt unheimlich im Vorteil im Nahkampf. Und das ist das, was alle sagen, ne? Wenn der vor dir steht, hat der keine Chance, weil du guckst geradeaus nach vorne und ballerst immer in eine Richtung. Ja, das sehe ich auch gerade. Das ist eine Riesenvorteilung. Ja, besser als bei der Maus. Bei der Maus veräumst du das? Das war ein Chironisch gemeint. Meinst du? Okay, okay. Ich kriege gerade meine ersten Runde hier gar nichts. Ich habe gerade fünf Kills. Okay. Ja, wir haben gewonnen. War gut. 120 Kills. Er hat den Ball gemacht. Er ist schön. Und haben schön dem Gegnerteam zu Hunderterbomben geholfen. Ja, mein Gott. Ich bin 73 Mal gestorben. Ja, ich bin 63 Mal gestorben, ja und? Ist auch okay.